Soll ich jetzt schon was sagen? Ja, wir sind heute hier gerade im Mariental und fahren jetzt zum Stubbelkurs ins Hölten mit der Wanderdüne von Hashtag-Klasse Tino Weißer, den alten Bumsbus. Ja, Richard fährt heute der Einsteigerklasse. Wir erhoffen uns bei Richard mindestens durchfahren und höchstens Top 10, um ehrlich zu sein, oder? Nichts gehabt, ja. Nichts gehabt. So, und ich fahre heute mal wieder in der Sünzernklasse mit und da ich die letzten zwei Jahre da ausgefallen bin, hoffe ich, dass alle üben Dinge drei und dass ich dieses Jahr mal wieder durchfahre. Und der Rest ist mir eigentlich seinem Schmerz-Pi-Pi-Al. Ich war ein bisschen Safety-Car im Hobil zu halten. Wir fahren jetzt an der Tankstelle, fressen noch eine Pogo. Bis dahin ein guter Kick. Wir haben hier eine 1a Bockwurst von der Start-Tankstelle. Ist das Starr? Ja, ist Starr. Ist ne Aral. Du bist doch so ne Aral. Danke. Ja. Beiß dir mal kurz ein bisschen rein, dass das geil aussieht. Was sieht geil aus? Wenn du da reinbeißt. Okay. Darfst du dich noch mal kurz was rachen? Ja. Wie war denn das Frühstück heute früh? Meine Bockwurst hat einst, was wir früh gegessen haben. War in Ordnung, ja. Wir haben hier dabei, Legenden. Rechts, Jonathan. MLT-Tuning. Willst du eine Begrüßung noch mal machen? Das ist eine Begrüßung. Ich hab keine. Und dann haben wir ich jetzt, Nico. Was ist denn eigentlich das mit den Stage 6? Das ist geil. Das ist geil, ja? Das ist nicht geil. Geil. Steil. Geil. 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 Vorsichtig. Geil. Keil. Ich glaub das kann. im kreisverkehr fährst du zehnmal links rund, musst du hinter dem kreisverkehr rund, wenn du das mit rechts fahren kannst, dann fährst du erst raus, dann kommst du nach Zöten mit Ö, mit Doppel-Ö und dreimal Ö. Wieso hast du meine Brille auf? Mach die nicht kaputt? Guck mal! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Uh! Kommt los, Junge! 3, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 11 securar fährst du rechts Fr codes die Nore Übernde er mich es hat Komm Jonas, komm, Titois, komm! Komm nächste Woche zum Bulldog Treffen, Lassdorf. Was geht da? Schönes Saufen, Mucke, Trecker fahren, alles geil. Das ist top. Gibt es da noch etwas besonderes? Tanzt du da an der Stange? Kann ich machen für dich. Nicht nur für mich, sonst kommt der Gamer. Nein, dann nicht. Ich tanze nicht. Katta kann tanzen. Nein, in der Stange an der Stange. Komm! So, Richard, was sagst du zu deinem Lauf? Naja, ich bin jetzt letzter im Össi fahren. Scheiße. Ne, ne, letzter warst du nicht. Wie gesagt, ich hab mich verdreht. Trotzdem gut vorgearbeitet auf dem 10. Platz von, sagen wir mal, 3. 30, 40 Leuten? Ja. Top gewesen. Freilich. So, wo guck mal jetzt hin? Erstmal zu Ralf. So, und der Typ da vorne, da will jetzt richtig was reißen. Er hat richtig Bock. Mal sehen, ob das was wird. Fünf Runden schaffen, krieg ich von Tino ein Kasten Bier. Aha. Mika hat einen Anhänger mit für die Ersatzteile. Ja, und Leon hat eine Wesbe gestochen hier. Der hat einen Matschohren. Er hat jetzt einen Matschohren. Er hat jetzt einen Matschohren. Er hat jetzt einen Matschohren. Ja, er wird hemen zwar gut behandelt, aber er heute hat einen Matschohren. Na gut. Und, wie sind deine Einschätzungen für dich selber? Kamera auch mal ohne dich halten, du blöd Film. Oh ja. Koffi. Koffi. Koffi ist letzter. Ja. Als Sporthalter haben wir immer nicht gerissen, Koffi. Auch jetzt geht ab. Das ist ja süß. Koffi ist wohlfällig! Koffi ist letzter Gericht. Das hier ist예! Hier ist das かst ansehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020